Ich bin der Daniel, bin im zweiten Lehrjahr und mache meine dreijährige Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschocktechnik. Als Verfahrensmechaniker lernt man die Produktionsabläufe, zum Beispiel wie verschiedene Rohre hergestellt werden. Am meisten macht mir in der Ausbildung Spaß, die Versuche zu fahren von verschiedenen Prototypen. Das sind meistens neue Rohre, die es so noch nicht auf dem Markt gibt. Und die Rohre, die versuchen wir dann zu optimieren, Schwachstellen zu finden. Kunststoff finde ich durch seine speziellen Verfahren einzigartig ist und es macht unseren Beruf einzigartig und es macht dann auch irgendwie mich einzigartig.